Kann man Photovoltaikanlagen door-to-door überhaupt verkaufen? Wir haben in letzter Zeit oft die Frage gehalten, ob door-to-door mit Photovoltaikanlagen funktioniert. Weil es ja Produkte sind, die ab 20.000 Euro, teilweise bis 40.000, 50.000 Euro oder je nach Modulanzahl in noch weitaus höhere Preiskategorie tatsächlich hochgehen. So und Fakt ist eins, ja man kann es verkaufen. So wir haben selber mit dem einen oder anderen Mitarbeiter im Photovoltaik-Geschäft tatsächlich gestartet. Und wir haben die Erfahrung gemacht, ab Tag 1, dass die Leads, die door-to-door akquiriert werden können für Photovoltaikanlagen, weitaus bessere sind, als die, die dir von deiner Firma zur Verfügung gestellt werden. So dennoch funktioniert es nicht im Photovoltaik-Bereich, dass du beim Ersttermin die Photovoltaikanlage sofort verkaufst. Wie das zum Beispiel mit anderen Produkten wie Strom und Gas oder Telekommunikation oder Glasfaser möglich ist. Sondern der Prozess sieht da anders aus. Erstmal ganz kurz zu den Vorteilen, die du hast, wenn du über door-to-door die Leads akquirierst. So als allererstes hast du die Möglichkeit mit Menschen zu reden, die sonst nicht angesprochen gefühlt sind oder sich angesprochen gefühlt haben durch Werbeanzeigen. Normalerweise, wenn du ein Lead bekommst, sind zwei, drei Gegenangebote bereits auf dem Tisch. Der Kunde hat sich im Internet informiert, hat auch mehrere Falschinformationen und stellt viele kritische Fragen. Wenn du door-to-door den Lead akquirierst, dann griffst du all die Menschen an, die sich nicht über Werbeanzeigen irgendwo gemeldet haben, keine Gegenangebote auf dem Tisch haben, das schneller in der Regel entscheiden tatsächlich, wenige Informationen darüber haben und du deswegen weitaus leichter mit deiner Kompetenz punkten kannst und auch den Abschluss schneller herbefallend führen kannst. So wie es aber gemacht werden muss, ist folgendes. Als allererstes brauchst du auch dafür das richtige Mindset. Du brauchst die richtige Denkweise, die richtige Einstellung darüber, dass door-to-door eine geniale Möglichkeit ist, um die Menschen zu erreichen. Du darfst keine Angst haben vor der Ablehnung, dass dich Menschen an der Tür ablehnen, weil auch das wird natürlich passieren, auch wenn du in dem Sinne nur eine Beratung anbietest und nicht sofort zum Abschluss gehst. Dann brauchst du dort einen psychologischen Pitch. Das bedeutet, du musst auch in der Lage sein, mit wenigen Worten auf psychologische Art und Weise den Kunden zu triggern und öffnen für die Beratung. Öffnen für das Gespräch. Wenn du da falsch auftrittst, wenn du drückend auftrittst, wenn du eine falsche Einwandsbehandlung machst, dich nicht richtig vorstellst, das Ganze komisch präsentierst, so unter dem Motto, hey, haben sie auch Interesse, wir sind gerade hier da oder sowas, dann wirst du in Gefahr laufen, sehr viele Beschwerden zu bekommen und überhaupt gar keine Leads einfach am Ende zustande bekommen und sehr schnell wieder mit der ganzen Thematik aufhören. Dann musst du in der Lage sein, auf die wichtigsten drei, vier Einwände, das sind in dem Fall nicht viele, wenn du so die Leads akquirierst, aber darauf musst du trotzdem in der Lage sein, zu antworten. Also sowas wie, ich will nichts an der Tür machen oder ich will Ihnen nicht meine Telefonnummer geben oder ich habe da kein Interesse dran oder ja, ich würde mich gerne erstmal selbst informieren oder ich gebe Ihnen meine Telefonnummer oder geben Sie mir Ihre Telefonnummer und ich rufe Sie an. Auf solche Einwände musst du in der Lage sein, schlagfertig zu antworten und dann musst du dir die Einverständniserklärung schriftlich holen, dass der Kunde zustimmt, dass du ihn kontaktieren kannst. Sprinter sieht so aus, dass du beim ersten Kontakt an der Tür den Lead akquirierst, die Telefonnummer des Kunden besorgst, in der zweiten Instanz mit einem Skript den Kunden wirklich anrufst, wo du qualifizierst, hat er das Geld, ist jetzt der Zeitpunkt der richtige und so weiter und so fort. Dass du wirklich nur auf Termine fährst von Leuten, die ein hohes Interesse haben, die finanziellen Verfügbarkeiten und auch drei, vier, fünf andere Kriterien wirklich abgeglichen sind, dass du sicher sein kannst, dass du vor Ort wirklich mit dem Kunden ein qualifiziertes Gespräch hast und dann geht dein ganz normales Photovoltaik-Gespräch los, was erfahrungsgemäß in den meisten Fällen auch noch stark optimiert werden kann, weil oft mehr beraten wird, als verkauft wird. Also oft mehr wie über technische Sachen die ganze Zeit geredet wird, über irgendwelche Sachen, also irgendwelche Informationen, die der Kunde überhaupt gar nicht braucht und deswegen den Kunden auch das extrem schwierig fällt, eine Entscheidung zu treffen. So, letztens beim Photovoltaik-Beratungsgespräch sagte die Kundin, hey, ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, wir müssten eigentlich mal nach einem YouTube-Video suchen, Photovoltaikanlagen für Kinder erklärt. So, und das sagt ja ganz kräftig aus, dass die kein Bock auf Zahlen, Daten, Fakten hat und nach ihrer Internetrecherche eigentlich mehr verwirrt ist, als sie vorher gewesen ist. So, und das hat sie mir dann auch 100% bestätigt. So, und da ist es relevant, dem Kunden die wichtigsten Informationen drüber zu geben, auch ein psychologisches Verkaufsgespräch zu haben, dass die Abschlussquote sich einfach nochmal massiv steigert. Ja, also einfach um zum Thema zurückzukommen, Photovoltaikanlagen dort und dort zu verkaufen, geht zu 100%. Es funktioniert sogar weitaus besser als über Leads. Du läufst auch nicht in Gefahr, dass die Leads irgendwann zu Ende gehen in gewissen Gebieten, wenn dort ausreichend oder zu viele Vertriebspartner tatsächlich ansächlich sind und du verschaffst dir einen unfairen Marktvorteil gegenüber allen anderen, die nur über Leads arbeiten. So, wenn die Besten bei 30, 40 Anlagen im Monat tatsächlich sind über Leads und dafür sieben Tage die Woche, zehn bis zwei Stunden am Tag arbeiten, dann bist du in der Lage über Dor-to-Door Leads Akquise. Und das ist unsere Erfahrung mit unseren Mitarbeitern. Wir konnten in einer Stunde im Schnitt zwischen drei bis fünf qualifizierte Leads rausholen. Von zehn Leads, die du an der Tür machst, finden fünf Verkaufsgespräche statt. Und das sind wirklich sehr, sehr gute Termine am Ende. Das bedeutet, wenn du mal einen Tag voll läufst und wirklich weißt, wie es geht. Bei uns ging es natürlich so schnell von Anfang an mit der Leadsakquise, weil wir jahrelang Dor-to-Door machen, weil ich ganz genau weiß, was du sagen musst, weil ich ganz genau weiß, welche Einwände kommen, weil ich ganz genau weiß, welche Reaktionen kommen. Und unsere Mitarbeiter natürlich auch aus dem Dor-to-Door-Geschäft kommen. Wenn du das nicht weißt, dann ist das sehr zäh, dann macht es mehr Sinn, wirklich mal mit uns zu sprechen und dir wirklich zeigen zu lassen, wie du das machst. Weil dann hast du innerhalb von kürzester Zeit einen komplett neuen Vertriebskanal, über den du vorher noch gar nicht nachgedacht hast. Wenn du das aber wirklich gut umsetzt, dann bist du in der Lage, an einem normalen Tag 20 Leads zu akquirieren. Und daraus entstehen zehn Verkaufsgespräche. Und damit ist wieder eine ganze Woche tatsächlich gefüllt. Du kannst auch jemanden einstellen, der Vollzeit-Leads akquiriert. Das machen wir jetzt nämlich auch, der einfach 20 Leads am Tag akquiriert. Sind auf Monat gerechnet 400 Leads, 200 Verkaufsgespräche finden statt. Kannst dir vorstellen, was das für eine Bewegung reinbringt. Mit den Worten, liebe Grüße und trag dich gerne einmal hier nach dem Video ein zum kostenlosen Erstgespräch. Dann können wir mit dir genau besprechen und dir genau zeigen, wie du Dor-to-Door als Vertriebskanal für dein Geschäft mit reinbeziehst und somit nicht mehr abhängig bist von den Leads, die du zur Verfügung gestellt bekommst. Bis dahin, liebe Grüße und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.